Diese hier angebotene 1,5 Zimmer Wohnung ist ab September 2013 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf unter Bilk. Die möblierte Wohnung umfasst eine Fläche von ca. 38 Quadratmetern. Die monatliche Pauschalmiete beträgt 580 Euro. Für nähere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Auf Wiedersehen. 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 Auf Wiedersehen.